O Land, 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 höre des Herrn Wort. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus dem Propheten Jeremia 22, Vers 29. Wir haben einen Gott, der redet, der gerne reden will und der Wichtiges mitzuteilen hat über sich, über seine Liebe, über seine Wahrheit, über unseren Zustand, über das, was er uns anbietet. Und er sucht Menschen, die ihn hören. Und die, die hier angesprochen sind, das ist das Land, das ist das Volk, das ist aber beim Propheten Jeremia natürlich das Volk Gottes, das ist Israel. Das ist heute sein Volk. Er will zu seinem Volk reden und er sucht Männer und Frauen und Kinder, die ihn hören wollen. Die nicht nur ihre Lieblingsverse hören wollen, die nicht nur eine Bestätigung hören wollen, dass sie weitermachen können wie bisher. Die nicht nur Munition haben wollen aus seinem Wort für theologische Diskussionen, sondern die wirklich mit einem Herzen kommen, das sagt, rede du, Herr, dein Knecht hört. Und ich will dir Mut machen, einer von diesen Menschen zu sein, die wirklich hinhören, die sich die Zeit nehmen, auf Gott zu hören in seinem geschriebenen Wort, aber auch in der direkten Begegnung mit ihnen im Gebet, im stillen Hören, durch Geschwister, durch die Gott zu dir redet. Höre das Herrn Wort. Und dann geht unser Blick natürlich weiter, weil Gott noch viel mehr dazu hinzufügen will. Und dann ist das doch auch der Ruf ans ganze Land. Und ich sehne mich danach und ich lade dich auch ein, dich von dieser Sehnsucht anstecken zu lassen, dass Gott etwas Neues tut, auch in unserem Land und in der Region, in der Stadt, in der du bist. Dass Menschen das Wort des Herrn hören und nicht nur, weil ihnen einer das um die Ohren haut oder mit ihnen streitet, sondern dass Gott in ihre Herzen hineinspricht. Und da lasst uns beten, dass Gott Herzen vorbereitet, dass Menschen bereit sind. Wir sind in den letzten Wochen auf Menschen gestoßen, die so bereit waren, die so voller Sehnsucht waren und denen aber noch nie jemand von Jesus erzählt hatte. Lass uns dafür beten und es braucht dann Menschen natürlich, die das Herrn Wort auch sprechen. Und da kommen wir wieder ins Spiel als sein Volk, als seine Gemeinde. Dass wir uns von ihm gebrauchen lassen und dass er durch uns reden kann. So lass uns doch Menschen sein, die hören, wenn Gott redet. Und Menschen, die Gott gebrauchen kann, um durch sie zu reden. Oh Land, 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 höre des Herrn Wort. Und Herr, wir beten, dass du redest und dass du auf Ohren triffst, auf Herzen, die bereit sind. Bei mir, bei uns, bei deiner Gemeinde. Da, wo Christen müde geworden sind über dein Wort, denken sie wüssten schon alles, sie kennen die Geschichten schon aus der Jungschar und es hat ihnen nichts Neues mehr zu sagen. Da überrasche du uns neu mit deiner Botschaft, mit deinem Reden. Und Herr, wir beten für unser Land, dass du Erweckung schenkst, dass du Herzen bereit machst für die Begegnung mit dir, dass du Sehnsucht wächst und dass du dann wieder deine Kinder schickst, uns schickst, dass wir auch von dir Worte und deine Liebe weitergeben können. Dass Menschen von dir empfangen, Leben finden bei dir und dass das Land verändert wird durch deine Gnade und durch deine Liebe. Das schenke du, Herr, in der Kraft deines guten heiligen Geistes. Amen. 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 Amen.